und hier haben wir die beiden es ist ein und dasselbe modell ich brauche zwei tapo von tp link eine funk steckdose aber warum sind die jetzt so teuer plötzlich dasselbe modell in einer leicht anderen nummer ist günstiger was ist der unterschied das m am ende verrät es etwas und zwar unterstützen diese beiden matter matter ist ein gemeinsamer standard von vielen elektronik anbietern wie apple google ganz viele und diesen einfach einzurichten und universell heißt man kann es mit dem iphone mit android steuern man kann es am computer steuern man kann halt alle möglichen steuerungssachen haben und man braucht nicht unbedingt eine app vom hersteller und daher habe ich mir gedacht das klingt super schauen wir uns doch einfach mal die seite an ob wir zwei haben können wir beide seiten bluetooth setup dann wollte bis 3680 watt wlan in diesen geräten ist trotzdem nur 2,4 gigahertz das standard wäre es hat eine größere reichweite und verbraucht weniger strom von daher ist das meist die einzige wahl die man hat bla 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 kleine aufkleber tp link deutschland man kann die app benutzen wie sie hier angeboten wird man muss es allerdings nicht tun und daher schauen wir einfach mal wie das mit dem einrichten ist es ist mein erstes metagerät ich habe noch absolut keine erfahrung beim einrichten oder bei man stellen ich werde es mal mit einem iphone einrichten so so nicht oder doch so visit bla 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 faq quick start guide ob da wohl die offizielle app drin beschrieben ach was ist das denn hier das kann doch kein mensch lesen auf der seite ist ähnlich wie bei home kit von apple ein qr code mit dem man halt die geräte einrichten kann ich habe jetzt einfach mal abgedeckt ich habe auch dieses modell gewählt weil es relativ klein und flach ist und nicht rund die runden geräte hatte ich vorher allerdings von einem anderen hersteller und das passt nicht so ganz rein ein eckiges gerät finde ich besser hier der manuelle ein- und ausschalter falls ihr neben der steckdose sitzt oder dran möchtet ansonsten nichts besonderes jetzt schauen wir uns doch einfach mal die einrichtung am iphone an ohne die offizielle app und dann schauen wir auch einfach mal was jetzt die unterschiede sind und wie stellen sie sicher dass sie über einen metacontrol das ist natürlich jetzt noch das einzig wichtig man muss eine kontrolleinheit haben zuhause für metal das bedeutet ein gerät das zuhause dauernd eingeschaltet ist und halt diese geräte im lokalen wlan steuern kann bei mir ist es zum beispiel der apple tv oder geht auch ipad ich werde schauen allerdings der apple tv und internet sendet signal an apple tv und apple tv sagt okay ich steuere lokal anonym und so weiter so soll es ungefähr gehen schauen wir aber jetzt erstmal die einrichtung am iphone an fangen wir erstmal mit der apple app home an wir fügen ein neues gerät hinzu ein zuhause sollte schon eingerichtet sein bei euch solltet ihr machen dann scannen wir kurz den code und fehlermeldung ein software update das bedeutet dass eure steuerzentrale in dem fall mein apple tv nicht die neueste firmware hat aktualisieren und nochmal versuchen wir fügen nochmal ein neues gerät hinzu scannen den qr-code und dann sollte nach wenn alle geräte einmal neu gestartet wurden nach dem update alles funktionieren einmal kurz alles benennen den raum alles was ihr halt vorher eingestellt habt oder jetzt erst einstellen werdet je nachdem ich nenne das ganze jetzt tv steckdose doch das kleine symbol auswählen und dann sind wir auch schon fertig da ist dann auch schon der knopf ihr habt dann in der steuerzentrale könnte direkt an und ausschalten die geräte oder aber auf dem home screen könnt ihr dann mit einem widget auch direkt an und ausschalten das ist relativ neu in ios dass ihr interaktive widgets habt von daher jeder so jetzt mal die offizielle app da möchte zuerst wird sofort erkannt nennen wir noch alles um wohnzimmer ebenso symbol fast fertig ein firmware update na gut das installieren wir schnell ramba zamba so und fertig das war alles ihr könnt ihr jetzt sowohl die app als auch home kit parallel nutzen also das ist kein problem je nachdem was ihr gerade lieber möchte oder falls ihr strom abschaltet könnt ihr halt entscheiden wenn ihr euer apple tv gerne mal von der steckdose abzieht oder eine funk steckdose habt dann reagiert das natürlich nicht dann könnt ihr immerhin noch die offizielle app nutzen die sich dann direkt über wlan mit dem gerät verbindet ansonsten ja das soll es gewesen sein vielen dank fürs zuschauen lasst ein like da und bis zum nächsten video ciao